Also es ist schon so, dass wenn wir nach Hause kommen, entweder die Ritte gefilmt werden oder halt Clip My Horse da ist. Das ist halt immer super. Und dann gucken wir uns die wichtigen Prüfungen immer noch mal zusammen an und fragen auch, was fällt dir auf, weil man selber manchmal ja so seinen Blick für die Dinge hat und wenn das jemand anderes noch mal sieht, ist das echt immer gut. Hier ist Dennis mit seinem 7-Jährigen unterwegs, sozusagen in der Nürnberger Buchkokalprüfung für Springen auf dem schönen Turnier in München. Mir fällt jetzt als erstes schon mal auf, dass du deine Handschuhe vergessen hast. Stimmt das? Ja, ich habe mich wirklich zu Hause vergessen, aber es ging dann zum Glück auch ohne gut. Ja, das wird bei uns nicht passieren ohne Handschuhe, das sieht dann doch insgesamt immer nicht so gut aus. Aber als Ressurreiter muss ich sagen, das Pferd geht immer schön durchs Genick. Dennis sitzt gut drauf, sieht sehr harmonisch aus, auch passt alles zusammen. Das fällt mir manchmal beim Springen auf, dass das meistens manchen egal ist, ob das alles zusammenpasst. Vielleicht hat das da schon geklappt mit dem Ressurreiter-Einfluss. Ich habe mir viel abgeguckt bei dir, vom Soussou-Reiten und vom Optischen. Einmal Ansprung 2 war nicht ganz durchlässig, Rechtsbiegungsstellung. Ja, wie wir noch ein bisschen am äußeren Zügel durch die Kurve reiten, aber sonst war ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Pferd, das erste Mal auf Hasen und dafür das echt gut gemacht. Wir gucken jetzt hier von gestern von Vicky und Lovia den Compris-Spezial. Da muss ich erst mal direkt fragen, Compris-Spezial, was ist das überhaupt? Das ist die, also von der Zeit her erst mal ein bisschen längere Aufgabe als der Compris und man sagt so die schwerste Zussuraufgabe der Welt, weil es einfach mehr Schwierigkeiten noch drin sind, aber eigentlich eine als Dressurreiter sehr schön zu reitende Aufgabe. Okay, was mir als erstes auffällt, du hast deine Handschuhe dabei. Das passt schon mal. Das sieht schon mal gut aus. Nobe, die mag ich unheimlich gerne. Ich komme jetzt aus dem Springbereich, ich habe jetzt nicht ganz viel Ahnung von Dressur. Es wird jetzt jede Woche besser, aber ich finde, die ist ein unheimlich athletisches Pferd. Macht unheimlich Spaß, hier zuzugucken, wie auch in dieser Prüfung. Was mir immer bei Vicky ein bisschen auffällt, weil, dass die Hände immer zu hoch sind. Das sage ich hier zu Hause auch immer wieder mal, aber das kann man noch nicht ganz raus sein, dass sie unten bleiben. Nee, das ist gerade in der Prüfung, wenn ich da ein bisschen angespannt bin und die Lektionen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, wandert die Hand immer hoch. Aber Dennis ist der muntere Aufpasser zu Hause, der das auch zu Hause anmerkt. Wir sind jetzt hier noch in der Trapp-Tour. Wir haben mit dem ganzen Fan-Team bei dem Ritt zugeguckt. Wir haben alle mitgefiebert und gehofft, dass wir Vicky und Nobe hier einen super Abschluss haben in München. Was meiner Meinung nach auch gelungen ist. Ja, doch. Also mit der Prüfung war ich sehr, sehr zufrieden. Ich fand eigentlich keinen großen Fehler. Die war super schön zu reiten. Und doch, macht auf jeden Fall Spaß, wenn dann auch so viele mitfiebern und dabei sind. Und das immer besser wird einfach. Wir versuchen das immer, wenn das zeitlich passt, dass wir uns auf jeden Fall immer unterstützen und jeweilig anfeuern. Und doch, das versuchen wir auf jeden Fall immer. Also ich bin immer aufgeregt, auch wenn Dennis reite oder auch wenn ich reite, weil man einfach nicht beeinflussen kann. Aber beim Springen ist das ja immer schnell vorbei, die Prüfung. Dann geht die Aufregung schnell vorbei. Früher war ich sehr, sehr wenig am Tressurplatz. Also da war ich eigentlich nur am Springplatz. Jetzt durch Vicky bin ich natürlich immer mehr drin, auch in der Szene. Und ich kenne da jetzt natürlich auch mehr. Und dadurch ist das für mich jetzt auch interessanter eigentlich auch zu sehen, weil ich jetzt auch mehr Leute kenne und auch alles mehr verstehe. Und dadurch macht es mir eigentlich auch schon Spaß, zwischendurch auch mal, also nicht nur Vicky über Vicky hinaus, ein bisschen Tressur zu gucken. Und ja, es macht mir einfach auch immer mehr Spaß, auf Tressur zu schauen. Und selber mal? Selber mal. Ich übe zu Hause einer alles, aber es klappt noch nicht so. Tauscht ihr auch mal Pferde zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Also die Dressurferde von Vicky durfte ich auch mal über Cavalettis und Stangen so gymnastizieren und ein bisschen reiten. Ich persönlich glaube, dass es den Dressurferden auch gut tut, dass sie ein bisschen locker mal was anderes und nicht immer. Am Ende sind es ja, glaube ich, oft die gleichen Linien und immer das Gleiche, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und ich glaube, den Springpferden tut auch mal gut, wenn du die reitest. Ja, doch, mir macht das eigentlich echt Spaß. Ist doch was anderes. Die ersten Male saß ich im Sattel und die sagten immer, im Springsattel hat man viel mehr Halt als im Dressursattel. Das fährt dann immer so den Kopf vorgemacht und ich saß schon fünf Zentimeter weiter vorne. Aber ich glaube, es ist echt ungewohnt für mich, auch mit so kurzen Bügeln. Ich habe die Bügeln natürlich erstmal länger gemacht und fühlte sich komisch an, aber ist auch bequem. Und was denkst du, wenn du mal neben so einem Sprung stehst, über den Dennis dann später drüberspringt? Ich würde mich, glaube ich, nicht trauen. Wir sind ja jetzt schon bei Cavalletti Höhe bei dir. Ich bin jetzt schon beim Cavalletti, dass ich mir meinen Parcours aufbaue mit den Cavallettis. Das war ja jetzt erst unser erstes gemeinsames Studier hier in Bayern. Am Ende teilen wir uns den LKW und so. Ich glaube, die Konzentrationsphase macht jeder für sich und ist auch jeder unterschiedlich. Mich freut es immer, wenn Dennis auch dabei ist, auch am Training ein bisschen zugucken kann. Ich glaube, das hat er jetzt auch gelernt in den Jahren. In Slow-Motion sieht man in der Hand nochmal ganz gut. Ja, die muss wieder nach unten. Ich glaube, Dennis hat jetzt auch so gemerkt, dass bei uns echtes Training auch recht wichtig ist. Und mittlerweile auch schon interessiert, beim Training zuzugucken. Nämlich um halb sieben Uhr morgens, aber sonst. Ich finde auch schon, dass ich das letzte halbe Jahr dressurmäßig auch selber schon stärker geworden bin und mehr darauf achte und versuche, dass es jetzt auch besser wird, weil es einfach die Grundlage ist und ganz, ganz wichtig ist. Und das habe ich schon mal von Vicky gelernt und da versuche, mir drauf aufzubauen jetzt. Mal auf Novia. Ich fand das mal eine sehr schöne Runde und die beste von je hier am Wochenende. Und für mich hätte das 70 Prozent verdient gehabt. Es war jetzt knapp drunter, aber ich glaube, wir sind sehr zufrieden damit, oder? Ja, denn... Untertitelung des ZDF, 2020